wo ich normal hab ich hab ein evoli okay dann legen wir da kommen wir liegen ablegen ich will der allerbeste sein centos ist ein ja es ist nun mal keiner freund war bekloppen mann komm schnapp sie dir jude mann zettos kommen ehrlich hier ist der wache ich bin so durstig bei euch hast du das wo gab es denn diesen tee für die wachen bei erika nicht komm schon muss jetzt hier das haus durchsuchen oder was nein das ist tafel wasser der vogel ganz oben beim sagt schon ach muss ich auch noch alle wasser liegen kann das sein ganz oben mit dem fahrstuhl beim einkaufszentrum warum muss ich schon wieder diesen jetzt dass wir so gefühl wenn zu der ganze zeit kribbelt ja könnte kotzen ja kauf was bringt eisen noch mal ich weiß es ist nicht dabei nein nicht in diesen teilen aber kannst du nachgucken dann tafel wasser komm warte mal um müssen auch auf zurzeit aber dann gibt mir mal jemanden wenn es wegen einem der lässt den Fallen muss den englern kann kurz schnell steht vom tisch naja dann bekämpfe ich brauche ich alle auf die da will ich auch reicht mal einmal tafel wasser oder für jeden faggot hier einmal reicht safania city er wollen nächsten stadt drinne safonia city im arsch gefickte city safania city egal ne safari zone du affe oh kleiner komm wir boxen uns ja genau jetzt hab ich das falsche pokémon ausgewählt was ist falsch mit dir man hat die schlechte pokémon ihr wart so behindert ja soll mit totok weiter kämpfen wenn du das halt so willst mein freund totok komm und schnapp sie dir pokémon naja ist nicht falsch gegangen komm ach man ey gleich den nächsten auf die fresse hauen ne sicher nein dumm 듣dEditte du tätted Salem ich hau euch auf die fresse nein machst du nicht sag nicht so gemein warum gegen wissenschaftler ich dachte ihr seid meine freunde bürtt du fasst das maul ich lass den ausg obst haben ich habe keine bock auf den hatten noch du bist dann auf der marge und dahin gerannt nein nicht das meine fahrradweg nicht den fahrradweg in der city diesen komischen tor wo du alle besiegen muss die forscher und team rocket um irgendwo hinzukommen ich weine gleich hier ja sicher hier bis alle erfolge pumpe ich will blubber weg haben dass dem nicht schlecht wird und dass dem nicht schlecht wird das nicht was er macht mir die tür ich muss glaube ich meine pokémon recken recken lassen das sowieso da bin ich ja so ein künstler drinnen mit wickelein greift doch mal an jedoch ja bitte nicht niesen ich bitte nicht bitte nicht weiß ich bin kommt aus dem geschoss und wo fahr ich hin ins erdgeschoss dafür ist pokémon berüchtigt dass man die gleiche innovation auch beim erdgeschoss 1 hinbekommt du kannst keine items mehr tragen weg dich gesundheit gestiegen ah hier da war es da kannst du mal gesundheit haben reisen ja ist klar wie war das jetzt was brauchte das jetzt ja da war es er hat die verteidigung ey lass mich da rein ohne dann muss ich die beiden abwohner besiegen dass die da reinkommen oh muss da wieder draufklicken oh ich sag sie guten tag komm wir begst box erstmal alle durch hier was hast du gesagt sach ich boxe mich erstmal mit allen durch hier möchtest du das pokémon wegziehen? ja, komm her da was du machst alle platt hauus ist level 39 ach ich müsste auch mal alle durchtrainieren weißt du? ja, ich hab für erika nicht durchtrainiert boah, schlecht ist nicht schlimm ich gucke erstmal was hier in der welt rumliegt naja, du hattest grad so komisch das ist meine bassige Stimme ja jetzt hört sichs besser an ich sag mal das ist meine bassige Stimme die das kann ja Dschungler hm? nix hm ja, er soll nicht weg werden naja, schön hm da in dieser City und dann muss sie durch den Tower wo Team Rocket und Forscher sind was sagen hm du kannst keine weiteren Items sagen ja, was ist denn in deinem Kopf jetzt los? ziemlich verarschen hier was soll ich denn wegpacken? wir zwei mal Eisen hm pokémon flöte zeigt die Leine Hose pokémon flöte ein Rehan ein Rehan Stachel voll effektiv ah, alle pokémon können gar nicht Eisen nehmen oder so ok, ist das denn? nö, ist immer unterschiedlich hm, hier Klingensturm attacke soll ich doch mal richtig laut machen nein, lass das so ist doch gleich viel besser, ne? nö äh, ich weiß bist du grad im Camp? ja wie lange, ne? äh, fertig wenn ich auch grad weiß dann würd ich sagen, bist du zum nächsten Mal bei Instagram äh pokémon bei der pokémon challenge mit den Flash mit Centos tschüss rösst